in einer nobleren Gegend unserer Stadt. Seinen Flyer hatte ich im Wellnessbereich eines Fünf-Sterne-Hotels gesehen. Seine Preisliste kannte ich aus dem Internet. Jemand, der anderen Menschen einen Batzen Kohle aus der Tasche zieht, um ihnen beizubringen, gelassener zu sein, würde wohl dazu in der Lage sein, bezahlte Verspätungen locker wegzumeditieren. Dachte ich. Doch auf mein Klingeln hin geschah erst einmal gar nichts. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich der Entspannungsguru weigerte, die Tür aufzumachen, war ich eigentlich ganz gelassen gewesen, denn meine Verspätung war völlig verzeihlich. Ich war Rechtsanwalt, Strafrecht, und hatte noch am späten Nachmittag einen Haftprüfungstermin reinbekommen. Ein Mitarbeiter meines Hauptmandanten, Dragan Sergovic, war nachmittags in einem Juweliergeschäft angetroffen worden, als er sich gerade einen Verlobungsring aussuchen wollte. Statt Geld hatte er allerdings nur eine geladene Pistole dabei. Als ihm die vorgelegten Ringe nicht gefielen, schlug er dem Juwelier die Waffe gegen die Schläfe. Da der Juwelier zu diesem Zeitpunkt bereits den stillen Alarm ausgelöst hatte, fand die Polizei bei ihrem Eintreffen einen am Boden liegenden Juwelier und einen Mann vor, der beim Anblick zweier auf ihn gerichteter Maschinenpistolen keinerlei Widerstand leistete. Sie nahmen ihn mit aufs Präsidium und verständigten sowohl mich als auch den Haftrichter. Mit meinen früheren Idealen als Jurastudent hätte ich es als völlig gerecht empfunden, wenn ein solcher Vollassi bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft geblieben und anschließend für mehrere Jahre im Bau verschwunden wäre. Mit meiner jahrelangen Erfahrung als Strafverteidiger für Vollassis hatte ich den Idioten nach zwei Stunden wieder auf freiem Fuß. Ich war also nicht einfach zu spät zum Coaching gekommen, ich war erfolgreich zu spät gekommen. Und wenn dieser Entspannungsfutzi den Rest der Stunde nicht mit Bockigsein verplempern wollte, könnte ich ihm auch erzählen, warum ich so erfolgreich war. Der junge Mann mit dem Hang zu bewaffneten Einkäufen war 25 Jahre alt und wohnte noch bei seinen Eltern. Er war bislang nicht wegen Gewaltdelikten vorbestraft, nur wegen Drogendelikten. Es bestand weder Flucht noch Wiederholungs- noch Verdunklungsgefahr und er teilte die gesellschaftlichen Wertvorstellungen von Ehe und Familie. Denn deshalb war er ja im Juweliergeschäft gewesen. Durch das Entwenden eines Ringes wollte er seiner Bereitschaft Ausdruck verleihen, eine familiäre Bindung einzugehen. Okay, für den Juwelier im Krankenhaus und die Polizisten auf Streife war es sicherlich schwer zu verstehen, dass ein Mensch, der ohne jeden Zweifel ein Gewalttäter war, heute Abend schon wieder im Kreise seiner Freunde den Dicken geben und den Staat verhöhnen konnte. Selbst meine Frau fand meine Arbeit diesbezüglich gelegentlich recht fragwürdig. Aber es war nicht meine Aufgabe, anderen Menschen unser Rechtssystem zu erklären. Es war mein Job, dieses System nach allen Regeln der Kunst auszunutzen. Ich verdiente mein Geld, indem ich schlechten Menschen Gutes tat. Punkt. Und das beherrschte ich perfekt. Ich war ein hervorragender Strafverteidiger, angestellt in einer der renommiertesten Wirtschaftskanzleien der Stadt, rund um die Uhr einsatzbereit. Das war Stress, klar, und das war nicht immer mit dem Familienleben in Einklang zu bringen. Deshalb stand ich ja jetzt auch vor der Tür, dieses Achtsamkeitstypen, der mich nicht rein ließ. Mein Nacken fing an, sich zu verspannen. Aber für den Stress bekam ich ja auch jede Menge. Dienstwagen, Maßanzüge, teure Uhren. Ich hatte vorher nie viel auf Statussymbole gegeben. Aber wenn Sie als Anwalt das organisierte Verbrechen vertreten, müssen Sie sich Statussymbole zulegen. Allein schon, weil Sie als Anwalt selbst das Statussymbole ihres Mandanten sind. Ich bekam ein großes Büro, ein Designerschreibtisch und ein fünfstelliges Monatsgehalt für meine Familie, meine traumhafte Tochter, meine tolle Frau und mich. Gut, ein hoher vierstelliger Betrag, davon ging schon mal für die Raten für das Haus drauf. Ein Haus, in dem ein traumhaftes Kind wohnte, das ich aufgrund meiner Arbeitszeiten nie sah. Bei einer liebenden Mutter, mit der ich mich, wenn ich sie sah, nur noch stritt. Ich, weil ich gereizt war vom Job, von dem ich meiner Frau nichts erzählen konnte, weil sie ihn hasste, und sie, weil sie den ganzen Tag allein auf unsere Kleine aufpassen mußte und dafür ihren seriösen Job als Abteilungsleiterin bei einer Versicherung aufgegeben hatte. Wenn die Liebe zwischen uns beiden eine zarte Pflanze war, so hatten wir sie beim Umtopfen in den großen Familientopf offensichtlich zu wenig gepflegt. Kurz, es ging uns wie so vielen erfolgreichen Jungfamilien. Scheiße. Um Job und Familie unter einen Hut zu bringen, und weil ich von uns beiden der einzige war, der über beides verfügte, hatte meine Frau mich dazu auserwählt, an mir zu arbeiten. Sie schickte mich zum Achtsamkeitscoach, der nicht aufmachte. Idiot! Meine Nackenverspannungen begannen sich bei jeder Kopfdrehung in leisen Knackgeräuschen bemerkbar zu machen. Ich klingelte erneut an der schweren Holztür. Sie schienen frisch lasiert zu sein, jedenfalls roch sie so. Endlich wurde sie geöffnet. Ein Mann stand da, als hätte er die ganze Zeit lang hinter der Tür gelauert und auf das zweite Klingeln gewartet. Er war ein paar Jahre älter als ich, so Anfang fünfzig. »Wir waren um zwanzig Uhr verabredet«, sagte er schlicht, wovor er sich umwandte und ohne ein weiteres Wort durch den kahlen Flur davonging. Ich folgte ihm in ein indirekt beleuchtetes, spärlich möbliertes Büro. Der Mann wirkte asketisch, kein Gramm Fett am sehnigen Körper, der Typ von Mensch, bei dem eine Sahnetorte selbst dann keine Wesensveränderung bewirken könnte, wenn man sie im Subkutan spritzen würde. Sein Äußeres wirkte gepflegt. Er trug eine ausgewaschene Jeans, eine grob gestrickte Wolljacke über einem schlichten weißen Baumwollhemd und Pantoffeln an seinen ansonsten nackten Füßen. Keine Uhr, kein Schmuck. Der Kontrast hätte nicht größer sein können. Ich trug einen dunkelblauen Maßanzug, weißes Hemd mit Manschettenknöpfen, blauseberne Krawatte mit diamantbesetzter Krawattennadel, Breitlinguhr, Ehering, schwarze Socken, Budapester Schuhe. Die Anzahl der Kleidungsstücke, die ich mehr anhatte als der Typ, überstieg die Anzahl der Möbelstücke in seinem Besprechungsraum. Zwei Sessel, ein Tisch, ein Regal mit Büchern und ein Beistelltisch mit Getränken. Ja, sorry, war viel Verkehr. Schon aufgrund seiner Nichtbegrüßung hätte ich nicht übel Lust gehabt, sofort wieder zu gehen. Beruflich bedingte Verspätungen vorgeworfen zu bekommen, konnte ich auch kostenlos von meiner Frau haben. Aber für den Stress, den Katharina mir gemacht hätte, wenn sie erfahren hätte, dass ich nicht nur zu spät zum Achtsamkeitskurs erschienen, sondern auch beleidigt sofort wieder gegangen war, hätte ich im Anschluss zwei weitere Entspannungscoaches gebraucht. Ich hatte noch einen kurzfristigen Haftprüfungstermin. Raub mit Körperverletzung, da konnte ich nicht so einfach. Warum redete ich eigentlich die ganze Zeit? Er war jedoch der Hausherr. Müsste er mir nicht wenigstens einen Stuhl anbieten oder sonst irgendetwas sagen? Doch der Typ schaute mich einfach nur an, ungefähr so, wie meine Tochter schaut, wenn sie im Wald einen Käfer sieht. Während beim Käfer instinktiv Schreckstarre einsetzt, wenn er von einer unbekannten Spezies beobachtet wird, setzte bei mir ein Redereflex ein. »Wir können ja einfach schneller machen, für das gleiche Geld«, versuchte ich, den verpatzten Einstieg neu zu gestalten. »Ein Weg wird nicht kürzer, wenn man rennt«, bekam ich als Antwort. Ich hatte schon gehaltvollere Sinnsprüche auf den Kaffeetassen meiner Sekretärin gelesen, und der Spruch von dem Typen wurde ja noch nicht einmal durch einen guten Kaffee wettgemacht. »Ganz schlechter Start.« »Setzen Sie sich doch.« »Wollen Sie einen Tee?« »Na endlich!« Ich setzte mich in einen der Sessel. Er sah aus, als hätte er in den letzten siebziger Jahren des vergangenen Jahrtausends mal einen Designpreis gewonnen und bestand im Wesentlichen aus einem einzigen Chromrohr, an dem eine Polsterbespannung aus grobem, braunem Kord aufgehängt war. Der Sessel war erstaunlich bequem. »Haben Sie auch einen Espresso?« »Grüner Tee ist okay.« Der Coach ignorierte meinen Espressoeinwand und checkte mir bereits aus einer Glaskanne ein. Man sah ihrem milchig gewordenen Glas an, das sie seit Jahren täglich im Einsatz war. »Bitte sehr.« »Lau warm.« »Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich hier richtig bin«, setzte ich an. Ich hielt mich krampfhaft an meiner Teetasse fest. Ich hatte gehofft, unterbrochen zu werden, wurde ich aber nicht. Mein Stammeln blieb unvollendet im Raum stehen. Dort begegnete es dem offenen Blick meines Gegenübers. Erst nachdem klar war, dass ich nicht mehr weiterreden würde, nahm auch der Coach einen Schluck von seinem Tee. »Ich kenne Sie jetzt dreißig Minuten und denke, Sie könnten hier eine Menge für sich lernen.« »Sie können mich gar nicht dreißig Minuten kennen. Ich bin ja erst seit knapp drei Minuten hier«, bemerkte ich scharfsinnig. Der Coach antwortete mit einer provozierenden Sanftheit. »Sie hätten aber seit dreißig Minuten hier sein können. Die ersten rund fünfundzwanzig Minuten haben Sie offensichtlich mit irgendetwas ganz anderem verbracht.« »Dann haben Sie drei Minuten vor der Tür geschlossen.«